Warte doch erstmal. Guck, dass du in Human Labs landest, nicht außerhalb, das ist scheiße. Alter, Punktlandung, ich bin auf den Punkt gelandet, Junge. So, warte ich noch ganz kurz meine Waffen einstellen und dann bist du endlich gelandet. Ich hab einen Fehler gemacht. Du bist bestimmt wieder hinter der Barrikade gelandet, ne? Ich hau jetzt ab, gute Nacht und verreck an deinem Tool, Cheater. Hallo, hallo. Bist du doof? So, meine Freunde. Autos klauen. Wir können sogar gespeicherte Outfits nehmen, das ist ja cool. Ich hab dich gar nicht abgeschossen. Colt hat dich durchlöchert. Ja, das muss aber ein Fehler sein. Ach so. Kann ja nicht sein. Wollt Steffi ein bisschen ins Bein schießen? Ein bisschen ins Bein schießen? Ja, vielleicht bin ich abgerutscht, ich hab seinen Kopf getroffen, ich weiß es. Ja. Voll abgerutscht. Oh, Autos klauen hier am laufenden Band. Raus! Seid froh, dass... Könnt ihr mal annehmen? Könnt ihr mal annehmen? Könnt ihr mal annehmen jetzt? Ach so? Ach so. Der Hammer. Könnt froh sein, dass der Dennis nicht hier ist. El Hefti, ey. Den hab ich auch mal schön bekriegt, ey. Ich hasse alles. Hey, da vorne ist dein Auto. Ich hasse mein Auto. Hier Sven. Ah, hier Sven. Hier Dennis, ein Apfel. Ich hasse Äpfel. Wer darf ja nicht am PC spielen. Da war ja nicht. Übrigens, nächstes Jahr im Januar hol ich mir eine PS4, ne? Schön. GZ. Okay, alle ready? Ja, ne? Go. Ja, ja, mach. Ich geb ja keine Playstation mehr holen. Doch. Die ist echt günstig geworden, ne? Ja, gut. Ich brauche die. Was denn? Äh, allein schon für Final Fantasy 7. Ah, ja, gut. Remake! Ja, wenn das... Ja, gut, ne? Wenn du da für Spieler hast, die da drauf... Aber, pff. Was denn? Ich spiele auf PC. Was habe ich denn auf Playstation gespielt damals? Gar nichts. Ist so. Außer FIFA. Können wir machen? Oh, Bodentrop ist... Ich bin Schütze. So. Äh, boah, bitte nicht Pilot. Können wir bitte anders Pilot machen? Weil, äh... Mein Controller tut's einfach nicht. Wer möchte Pilot machen? Ja, dann muss ich Pilot machen. Ja, ich kann auch machen. Ey, komm lass mich. Lass, lass... Geh du mit, äh... Mit Sibi runter. Okay, dann mach ich Bodentrop und Steffis Schütze. Okay. Ja, dann... Ja, die muss einfach nur die Leute abknallen. Das ist doch kein Problem. Das kriegst du wohl den Hubschrauber hin. Ja, ja, das kriegst du. Ja, wir bezahlen auf dem Bodentrop. Ist auch nicht so schwer. Aha. Weil die alle... Dann komm mal, fall der Geizhals, ne? Steven teilt schön gerecht auf und Sibi hält sich die dicke Kohle ein. Ja, was? 20% für jeden? Ich hab nichts gekriegt, hallo? Ich brauch Geld. Willst du mich verraschen? Geizhals. Geizhals. Komm, nimm einfach an. Scheiß drauf, wie ihr ausseht, ey. Ja, eben. Man sieht doch... Ja. Ey. Ah. Aua. Geht doch. Ja, ich hab jetzt auch meine Leggings an. Äh, Steven, darf ich was fragen? Hast du jetzt schweres Outfit genommen? Schwer bewaffnet? Keine Ahnung. Wenn ja läuft, dann läufst du langsamer. Das ist nämlich das Einzige, was ich nie auswählen würde. Ja, doch. Wenn ich da runter müsste, schon. Guck mal hin. Bei mir ins Auto. Gelbe? Ja. Steven, bitte fahr... Anständig. Kommt das bekannt vor. Mal gucken. Ich muss mir echt die Besiegerleise drin nicht so oft immer, ey. Oh, meine Güte. Wir müssen mal wieder bis da hinten hinfahren, ne? Wir haben verschiedene Aufgaben jetzt gerade. Oder müssen alle erstmal dahin? Ey, erstmal alle dahin. Erstmal alle zum Heli. Dann... Dann muss der Sven... Dann muss der Sven uns über Human Labs fliegen. Dann springe ich und Steven raus. Ja. Sie und ich machen im Human Labs alles kalt. Und währenddessen greifen wir euch Hubschrauber an. Die musst du abschließen, Steffi. Okay. Und ich und Steven müssen dann halt... Wenn wir unten alles abgeknallt haben, müssen wir halt noch durch... einen Tunnel fliehen, der voll Wasser ist. Ja. Das ist das Ende. Dann das Beste... Kann... Weißt... Weißt du wie du schwimmst und tauchst, Steven? Ja, ja. Ja. Denk daran, dass du deine Gas... deine Atemmaske anziehen musst nachher, ne? Ja. Ja, das hab ich schon noch gesagt. Du musst halt nachher musst du eine Atemmaske halt anziehen und... musst halt auch ab und zu mal zwischendurch eine Taste drücken, damit du Gas nachfüllst. Damit du nicht unterwegs verreckst. Mhm. Weil mit einer... Mit einer Patrone kommst du nicht hin. Mit deinem Atem. Ja, der wird dir... Der wird mir meinen Spieler schon anzeigen. Ja, das wird dir der anzeigen natürlich. Nee, das wird dir der nicht anzeigen. Woah. Und spät. Was wird heute sein? Ich habe dir in dich. Etwas, wie du in dir wirst kannst, dass du in dich in deine Zeit hast, wenn du in die Basis festgestellt und motiviert solely bei ihrer Greed. Na ja, ihrer Greed und ihre Blutlust. Du hast nicht zu sprechen. Hat vor wie die gleiche Strecke davor. Ja, ist es auch. Achso. Wir haben ja da alles abgeliefert da hinten in dem Yachthaus da. Ja. Schon. Déjà-vu hier. Ich habe mich eigentlich nach vorne lehnen. Voll behindert. Oder? Ich schon. Warum hast du das Auto nicht genommen bei den Zeitrennen? Mann, du bist ja schneller. Als... Ich habe doch das andere, der ist doch noch schneller. Ja. Den roten da, ne? Den du hast. Ja, ne. Vorhin war da so ein Zeitrennen. Da hat der eine 38 Sekunden gebraucht. Und dann hat versucht das zu toppen. Mir kam es nämlich gerade so vor, als ob der gelbe nämlich noch schneller ist als der rote. Ne, der gelbe ist nur ein Sportwagen. Der andere, den der zweller, ist ein Supersportwagen. Ja. Ja, ich weiß, Motorrad ist ein bisschen langsam, aber... Ist doch egal. Ich komme doch gut hinterher. Ich war als Motorrad aus dem Grund, wenn ich einen Unfall mal baue, dann... Ja. Das ist halt Drecklust und deshalb fahre ich ungern Motorrad. Ich fahre gerne Motorrad. Ja, eigentlich auch, aber ich sterbe generell immer. Sag ich ja, wenn du halt umfällst, dann war es das halt, ne? Ja, immer wenn ich die Kurve zu dolle nehme. Bin ich immer sofort tot. Ich hatte irgendwie aus Versehen ne... ein Rennen angenommen. Fuck. Da sind die alle mit Motorrad gefahren. Ich war letzter. Das tut mir leid. Ah, ist egal. Ist ja nichts passiert. Wir haben ja noch volle Rüstung. Halt darauf, du Bitch. Hallo. Ah, okay. Wollte schon sagen. Äh... Ja, okay. Letzte Rechtswandplatten. Ist egal. Ja, ich weiß. Scheiße. Kein Problem. Ist aber auch ne blöde Kante hier. Oh Mann. Panzerwendekreis, ey. Abknallen? Nein! Nein! Steffi. Oh, ey. Die will immer nur schießen, ey. Ja, Steffi will immer nur knallen. Du musst vorne einsteigen. Steffi, vorne bitte einsteigen. Ja, nicht ich... Steffi, vorne bitte einsteigen. Ja, weil das wichtiger ist. Weil die Kanone vorne mehr Durchschlagskraft hat und wir müssen Autos auf dem Boden auch noch ausschalten. Ja. Ja. Habe ich nen roten Typen da gehöten? Nein. Oh Mann. Das gelbe Fahrzeug... Das gelbe Fahrzeug... Das kannst du dir gar nicht in die Luft jagen. Ah, das kann ich nicht mehr. Verdammt! Ich schieße dich? Was? Nochmal mit E kannst du glaub ich in die Kamera gehen, ne? Jo, mit E und dann bist du in der Kamera. Versuch dich immer so und dann musst du einfach nur los. Jetzt noch nicht, ne? Achso. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b, b-b-b-b-b. Cool. Ach, ist schon geil, kannst du sagen was du willst, ey. So nen fetten MG. Schon echt genial, ey. Get the job! Ja. Aber das sind keine Verfolgungsraketen, ne? Die ich ja abschiiisse? Das sind gar keine Raketen. Ich kann's sagen, das sind gar keine Raketen. Ja, du siehst es doch, da Ja, und die haben auch nicht wirklich viel Reichweite Ja, ich hab das doch immer so gemacht mit den Leuten Wie sagst du, wenn ich springen muss? Ja, wenn wir da oben gleich sind, das siehst du jetzt gleich Da oben ist ja der Kreis, siehst du den? Da, guck mal, schieß mal in den Kreis, da oben, siehst du den? Da muss ich springen, ja? Ja, jetzt gleich, jetzt gleich Nein, warte doch erstmal Guck, dass du in Human Labs landest, nicht außerhalb, das ist scheiße Wir lösen sich das EMP aus So, jetzt wird erstmal EMP So, jetzt können wir runterspringen Warte, alles dunkel, ne? Das ist so geil gemacht, ey Und vom Boden kommen nachher Fahrzeuge, darum Mal besser die Waffe und auch für die Hubschrauber So kann ich auch direkt drauf zufliegen Meine ganze Seite dir zur Verfügung stellen, wo die mich treffen Alter, Punktlandung, ich bin auf den Punkt gelandet, Junge So, warte, ich muss ganz kurz noch meine Waffen einstellen, dann bist du eigentlich gelandet Okay, ich hab einen Fehler gemacht Ah, du bist bestimmt dahinter der Barrikade gelandet, ne? Hm Kannst du einmal ganz außenrum laufen Außenrum, wo? Warte, ich komm runter, lass dich nochmal ein, ich hab mir das schon gedacht Na ja, sorry, ich hab zu früh gezündet und ich hab schon ein, zwei, drei Bier intus und Einmal mit Profis arbeiten Komm zum Strand Kannst abschießen Warum kann man das nicht direkt so machen? Lauf doch schneller, Murschi Ja, geht nicht, wenn du eine schwere Panzerung anhast Muss ich jetzt wieder rausspringen? Es werden keine Haterin landen Ah Lande jetzt da drin Warum macht man das nicht gleich so? Weil ich ja bis da... Weil dann EMP gezündet wird und wenn du ein EMP zündest und mal leider der Heli abstürzt Ah Kannst du einfach raushüpfen? Raus Raus? Kann nicht tiefer Genial, M So weg, 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 weg So, rüst am besten Hast du die Schnellfeuer, äh, Schnellfeuerschrottflinte, Steven? Blach, überwachen Äh, abgesägte Sturmschrottflinte Äh, ja genau die Nimm die am besten Die ist für die Mission am allergeilsten Achtung und geht los Guck mal da, da kommen sie schon Halte das Wachpersonal auf Hä? Ich sehe nix Die Mission ist echt die Klammer am allerbesten hier Ja, schieß die ab da unten alle Alles, alles was da rot unten markiert wird Wo denn? Oh, ich sehe nix rot markiert Ich sehe nix Unter uns, unter uns, Hase Wenn sie mich kaum nicht hinterher, sorry, ne? Ja, das ist kein Problem, ich mach das schon Kein Problem Warte, dann kannst du jetzt hier doch Zoom doch mal ein bisschen raus Kann ich, ich kann nicht weiter rausgehen Guck mal, da fährt ein Auto Guck mal, da hinten an dem Auto steht Ja, ja, schon gesehen Da wo Human Lab steht, da steht einer drunter Da muss auch noch irgendwo einer sein Ist geil, ne, oder? Voll die Asi Also, ich finde das voll genial an der Mission, ey Wie schnell vorher ich gut finde, das ist echt das Geilste überhaupt, ey So, wir müssen jetzt gleich, wenn wir hier drinnen sind Wenn wir uns hier reingekämpft haben Müssten wir gleich den Schlüssel, gleich zeitlich umdrehen Wichser Ist das da hin? Da ist das Auto Oh, du bewegst dich hier zuerst Ja, Schatz, ich muss mich auch ein bisschen ausweichen Die schießen auf mich Wo ist denn hier der Heli, da komm ich nicht hoch? Ja Ja, ich komm nicht hoch Ja, ich muss hochfliegen Halt auf, euch anzukaffen Ja, Mann, Mann Die stellen sich das immer so einfach vor Ja Regt euch doch nicht so auf Ich muss immer nur ein Problem drücken Das ist cool, Leute Warte, einer lebt noch hier Warte, warte Okay, stop So, du reichst dich links So, dann gleichzeitig jetzt gleich drücken Ich zähl dann runter einfach Ja Äh, beide Bestimmungen sind gleich zeitlich Die Zugangskarte drücken Enter Okay, also Drei Zwei Eins Go Nochmal, nochmal Drei Zwei Eins Go Du musst es vorher eh drücken Ist nicht schlimm Ist egal Ist egal Okay, warte Geh du mal rein Ich mach gerade ganz kurz Egal Siehst du die? Nein Weg mit dir Weißt du, wie schwer das Hubschrauber zu fliegen ist? So, wir klauen die Daten gerade Ich kann ganz kurz, ganz kurz Rüstung anziehen, Steven Ach, ich auch Habt nichts mehr Noch direkt mal vollfressen, mal eben Da kommt ein Hubschrauber jetzt Ist nix Ich bin voll, alles klar Können weiter Ja, müssen zum Fahrstuhl Da ist ein Hubschrauber Wenn wir dann unten sind, kommen noch zwei, drei Leute Und dann müssen wir schwimmen Kommt er Ja Ja Ich war die ganze Zeit außer Hast du? Ja War es die ganze Zeit nämlich zu niedrig, deswegen Na, Zeuge Sind schon am Brennen, ey So, okay So, okay Atemgerät anziehen mit G Ja So, und jetzt hier reinspringen Einer noch links da irgendwo Warte, ne, ich glaub, du musst das, du musst das, du musst das, glaub ich, gar nicht machen Ich glaub, das macht er, glaub ich, selber Keine Ahnung Das, äh, die Patrone nachfüllen Von rechts und von links kommt einer Vor dir, vor dir Schießen ab Ja, ja, aber ich glaub, der erfüllt die von selber nach, glaub ich Was das? Jetzt Der andere noch da Der Scheiß-Controller, ne, echt, das ist echt die Krise Ja Da runter Da steht aber Atemgerät ist hier Ja, ja, klar, das ist einfach nur, damit du, damit du siehst, wie viel Zeit du quasi noch hast Es ist quasi eine Zeit, wenn du es so willst Der füllt dir aber jetzt gleich selber nach, wenn ich mir eigentlich relativ sicher, dass der das selber macht Dieser einer, der hier markiert, ach, da unten Und, Achtung, jetzt müssen wir das gleich bei mir nachliefern Zack, ist wieder voll, jetzt sind wir noch drei Stück, ne Fast, fast durch Ja, wir sind am Schwimmen, wie gesagt, Sven, hörst du ja selber, ne Das bist sau schnell, ey, ich nicht Ja, die ganze Zeit A halt drücken, ne Ja, ja, klar Ja, das ist wie in der schweren Rüstung, das ist das Einzige, was ich wirklich in der Mission nie anziehen würde Dieses schweren Rüstung Ja, da, der Hubschrauber von vorne, von vorne Ist ja nicht schlimm, macht doch nichts, haben es doch geschafft, alles schick Da oben Mach es ein Stückchen höher, ja Okay Nein, 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 nein Bitte nicht sterben, wenn es geht Wo ist der andere Hubschrauber, wo ist der... Ja, du sagst das so leicht, wenn du schon am Brennen bist Okay, wir tauchen auf gerade, also ich tauch zumindest gerade auf Wow, hab ich ihn? Ich seh nichts mehr Ich glaub jetzt gleich, ich müsste es aber aufhören, weil ich bin jetzt gleich oben So, ich bin da Okay Sachpersonal Ich glaub, ich müsste nur zum Schrank fliegen, glaub ich, Sven Mal ausschalten, alles Jetzt muss ich glaub ich eine Läuferstelle abschießen Achso, Alter, ausschauen nach dem Signal, ja Da ist noch einer, achso Abgeschossen Hast du? Ja, ja, ich hab's gesehen Ja, ich hab's gesehen Schieß noch ein paar Noch keinen Warum? Ja, die Motoren gehen aus, ich sag doch, ich bin am Brennen Ja, was soll ich, ich hab sieben oder acht Raketen abgekriegt Ja, wie geil Ja, ich krieg Raketen ab Oh no, oh man Ja, ist ausgegangen, das Ding Ich hab's gesehen, aber was denn was da? Ich komm so schnell wie mich in der, ich geh nur schnell pissen Ich hab auf Neustart geklickt Ja, ist kein Problem, kein Problem Wir haben noch Zeit, wir müssen erstmal wieder da hinfliegen Echt? Ja, wir müssen erstmal wieder da hinfliegen Ist ja, Chuck Bonn ist leider hier hinten Achso Dann steig wenigstens noch ein, dann geh pissen Ja, 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 klar Es drückt Es drückt Oh man Lasse, zeig mal Das ist ja nicht schlimm, es hat ja alles gepasst Ja, das war dann nicht auch besser Ja, erstens das, und zweitens, jetzt haben die zwei auch mehr Übungen Das wird schon hinhauen Keine, keine, keine Sorge hier, schaffen wir schon Vorne? Oder sitzt du an der Seite? Ich glaub, ja, ich sitz vorne Ja, kannst du jetzt schon schießen, ohne Evo jetzt drücken? Dann sitzt du an der Seite Nein, ich muss eh drücken Ja, dann passt ja Dann sitzt du da vorne Ist alles schick Ja, und ob sie den Sprung dieses Mal hinkriegt Nein, weswegen wir das nicht direkt machen Ist doch klar Die machen halt Wenn wir halt da oben sind, zünden das EMP Das sagt er auch Wir zünden jetzt das EMP Wenn du da unten stehen würdest Mit dem Hubschrauber Würdest du das EMP doch voll abkriegen Deswegen ist doch klar Deswegen ist doch klar, dass wir Halt Da oben sind Das geil ist ja mit dem G Du kannst ja mit rechts Wenn du rechts gedrückt hältst Dann drehst du das Ding ja schon mal, ne? Ist auch total geil Voll die Maske, Arme Aber ich würde mich das nicht trauen So halb aus dem Heli da zu gucken Wir gucken ja nicht halb aus dem Heli Wir sitzen ja Ja, aber trotzdem Hey, was war denn das? Okay, warte Jetzt Ich bin da Na, ich bin noch mal ein Fluch Oh, ups Oh, man ey Nein, ich bin gegen das Geländer geflogen Okay, warte Äh, Knarren ausrüsten Bist du ready? Ja Okay, 3, 2, 1, go Da ist eine Reichweite hier Ist eigentlich nicht tot Glaub ich, der hinter mir liegt Jetzt einfach mal gerade leben lassen Das ist noch irgendwo da unten Ja, ist ja kein Problem Da verhältst du aber auch mehr aus Aber nicht wirklich viel mehr Ohne Scheiß, ne Warte mal gerade Lauf du schon mal weiter Ich komme sofort Ich bin schon zur hohen niedrigen Kommt nicht höher Oh, ich habe noch eine Panzerung Scheiße Sonst denke ich mich eben noch voll Ja Ja Eingang, am Eingang Ja, Schatz Das ist mir ja gerade Oh Meine Güte Du drehst mich aber auch echt immer Wie so ein Ey Sollen wir mal tauschen? Nee Okay Er ist eh drückt, ne? Okay, Bäumen An den Bäumen Okay, 3, 2, 1 Drück Hä? Ach da Der lag noch Achtung Auf Aufgesteuchtes Huhn Weg mit dir So Wir holen die Daten So Wir kommen Jetzt auf dem Rausweg Was ist denn hier, Lee? Mach Schieß doch erstmal nach unten War was fressen gewesen Sorry Ja, ist kein Problem Ich habe mir auch gerade Auf den Zorn erzogen Ich habe keine mehr Aber ist ja jetzt nicht mehr Ich muss nur noch rausschwimmen Jo Ist ja jetzt nur noch Der kurze Part hier Zwei, drei Leute noch Dafür reicht auch Das normale Leben Und du Wichser Wow Lutscher Ab, oder? So Okay Maske an Und springen Boah, Alter, ey Ah, dieser Scheiß-Controller, Mann Der kotzt mich so an, ey Ich kauf mir gleich Gleich, sag ich Ich kauf mir nächste Woche Kauf ich euch Neben uns 360 nochmal, ey Ich kauf mich das an, ey Hier Gut Ja Ah, wir brennen Warum brennen wir? Wird nix Rennen voll Alter, das kann doch nicht wahr sein, Mann Wie denn jetzt? Scheiß-Controller, Mann Was ist denn, wenn du ein bisschen schneller fliegst, vielleicht? Mal so hin und her Ah, ja Hier unten noch? Ja, du musst mal ein bisschen mehr zur Seite fliegen, am besten Bin jetzt so jeden Moment raus Autos, Autos Trauer kommt von vorne Können vor? Ja Von vorne noch einer Was ist denn das für nach dieser Scheiß-Gang? Dann, danach Meine Güte, wie lange ist der denn noch? Okay, ich bin draußen Von unter uns An den Eingang Da steht ja, halte das Wachpersonal auf, das mache ich. Echt? Ok. Ja. So, jetzt kann ich kommen. Ich bin aber schon wieder am Brennen. Dann lade diesmal nicht überm Wasser. Lade am besten über dem Dingens, über dem Feld hier. Ja, genau. Geht doch mal weg da. Da kann ich halt schnell einsteigen, ne? Hier und rein. Bin drinne. Ist der so länger? Echt krass, ey. Der da. Ok, und go. Da kommen noch Gegner, ne? Echt? Könnte sein, ja. Schauber. Vor uns direkt. Wow! Boah, was ist denn los mit dem Ding hier? Ja. Alter! Ja, das war's. Ich war ja außer Reichweite. Entschuldigung, was soll ich denn machen? Gar nichts. Kannst du nicht schießen? Das ist jetzt echt dauernd auf jeden Fall. Also das Ding brennt ja schon. Ja, das war aber eben auch schon am Brennen. Rausgegangen. Was ist denn der letzte? Der scheiß Heli. Da. Da ist einer. Warum fliegt denn der auf uns zu, ey? Vielleicht wenn er uns töten will. Wer ist denn der Nähere? Der da, ne? Ja, der Link. Der nix. Ah, schon weg. Rehe. War vor uns. Ist down. Ist down. Alles klar. Was war's denn? Ja, jetzt kommt noch das Michael Bay Ende. Toll. Meine Propeller gehen aus! Echt jetzt? Boah, jetzt sind sie wieder an. Ja, wir müsst ja nur mal ein bisschen beobachten, die Propeller. Ja. Ja, Captain Baloo, du machst das schon. Seegans ist auch immer weiter geflogen. Ja, kriegen das schon den immer mit der Ruhe jetzt runter. Kommt nix mehr. Es kommt jetzt nix mehr. Einfach nur noch. Ruhe bewahren und dahin einfach. Da, siehst du ja schon wieder. Ich seh das gar nicht, ne? Ich seh das nicht ohne Scheiß. Ich seh das nicht ohne Scheiß. Nach oben, aber ich seh da jetzt nix. Ich seh das nicht. Ich seh das nicht. Aber das wird ja da unten landen, ne? Ja, einfach runter dann am besten. Einfach. Ganz geschmeidig. Ja. War das hier, oder? Hier, ne? Ja, da unten auf diesem flachen Schelf oder was da unten ist. Keiner, auf dieser Halbdingensinsel. Da, wo das Auto steht. Da links, ne? Man muss weiter nach vorne am besten, Sven. Man muss ein Stück nach vorne. Ja. Lasst ihn doch einfach machen. Ja, ich wollt's ja nur sagen. Ich... Ach, das pünkt ihn schon. Ich muss auch ein bisschen gucken, dass meine Rotoren am drehen bleiben, weil sie immer wieder ausgehen. Ja, wunderschön. Wunderschön. Sehr schön. Geschafft. Sehr gut, sehr gut. Ey, wie die... wie die drei Raketen da in uns rein geflogen sind, hab ich gedacht, so, jetzt wartet schon wieder. Das dachte ich echt euch dann auch. Na... Na, wer darf... Wer darf die... Wer darf die Granate werfen? Riffi. Meinst du? Du darfst die werfen. Natürlich darf ich die werfen. Oder doch. Ne, doch, Steffi. Steffi darf sie werfen. Du darfst doch, Steffi. Irre. Ja. Drei Punktewurf. Michael Bay! Oh Mann, ey. Yeah, geschafft! Wuhu! Kohle! Komm! Jede Menge Kohle! Jede Menge Kohle! Joa, nice, 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 nice. Sehr schön. Ja, cool. Das heißt... Ja, voll mit den Nutten! Können wir das irgendwann nochmal machen? Ja. Macht zweimal, glaub ich, ne? Ja, Steffi muss ja erstmal ihren anderen Scheiß da machen. Ja. Stimmt, wir müssen noch den tollen Gefängnisausbruch nochmal machen. Toll! Boah, wir haben jetzt hier wollen. Wir wissen ja, wie das geht. Ja, ich will kein Geld werfen! Verpiss dich! Hä? Fahrzeugfreischaltung, Buckingham, Balküre, Pickup, Fusion. Ah, jetzt kann ich die erst kaufen? Ah. Ja, jup. Jep. Jesus! Jauf! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was macht meine Kohle? Guck mal. Ach, fuck. Nein, ich hab noch nicht genug. Doch, ich hab genug. Oder? Nee, der hat 56.000 gekostet, ne? Shit. Alter, läuft nicht. Ich... Ich war in meinem Auto. Ist auch geil zu sehen. Mein Charakter läuft irgendwo lange, wo ich gar nicht mehr im Spiel bin. Du... Er lief. Mann, das wollte ich machen. Irgendwie, ihr müsst mich handeln, wenn ich offline bin. Oh, aber einfach... Ach fuck, wollte ich auch grad machen, ey. So ein Mist, ey. Direkt mal ein Burnout auf der Fresse machen, ey. Du bist doch gute Kollegen. Wir wollten nur, dass der Spielcharakter verschillendet. Echt denn? Nachher... Nachher heckt jemand deinen Charakter. Ist auch scheiße. Echt. Naja, ich bin auf jeden Fall weg, ne? Ich muss in knapp 5 Stunden schon wieder ausstehen. Ja, bis Mittwoch, würde ich sagen. Spätestens. Ich bin dann auch weg. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, mit diesen Worten. Schönen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.